Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir brauchen noch 11 Kills mit einem Sniper für den doppelten Zoom. Das ist so mein Wunsch, mein Traum. Mal schauen, was wir hier hinbekommen. Viel fliegen habe ich wieder Bock drauf und so. Einfach ein bisschen machen und tun. Das macht ja einfach Spaß. Die verstehe ich nicht, die Dinger hier. So, doppelter Zoom. Boah, da wird so ein Segen sein für das Ding hier, ne? So, ich darf hier nicht so viel bewegen, dann sieht man mich auch. Ich bin hier halt so ein Klappergestell, aber das macht gar nichts. Leistungsfähig wie ein großer. Rote Farben. Der hat aber HP. Das war schlecht, schlechter, am schlechtesten. Treffer waren es, aber nicht gut. Oh, ich wollte irgendwo schießen. Pew, pew. Kein Sichtfeld. Timi-Bot hat kein Sichtfeld. Ionenschaden an einem Transporter. Oh, die machen aber gut einen Ionenschaden, ne? Der ist futsch. Das ist so eine coole Moodle-Map, ne? Der hat einen Schütze auf dem Schirm, ne? Woher kommen denn da alle her? Der Schütze ist weg. Hat auch Action gemacht, das Geschütze. Naja, wir müssen den Assist abkassieren. Falls sie da hinten mal sterben. Hm. Na, die ganze Zeit hier hinten stehen bleiben, ist nicht so sinnig, ne? Vor allem, wenn man den doppelten Zoom nicht hat, da kannst du nicht so weit zielen. Hup. Roboter paart sich mit Roboter. Einer ist weniger. Okay. Ich sehe sie. Ah, fuck. Der Rot hat sich verbrannt. Wie sinnvoll. Da. Vor der M.T., die sich davor schiebt. Ich glaube, wir hassen mich. Nein, für ein Feuerwerk. Au, au, au. Help. Schön Punkte gemacht. Und. Ja, geil. Ach ja, wir haben noch diese Diener in der Luft, ne? Die kann, die kann man in den Boten. Ja, ist das ein Bild. Leben echt schön hier. Schön wacke. Wacke. Nur KI. Ja, wackelt das. Der macht keinen Ärger mehr. Der macht keinen Ärger mehr. Na, ich wollte eigentlich durchfliegen, aber ich hab's gelassen. Das war ein Spiel. Das war auf deiner Seite. Oh. Der KI trifft immer nur einmal. Was ist das denn? Verwirre mich nicht, Spiel. Langsamer. Das war ich nicht. Da ist so ein Bug. Ja, wenn man dann vorfliegt. Dann ist man tot. Okay. Äh, da. Ich verpiesel mich. Na, das sind nur KIs. Also, die sind einfach zu besiegen, aber... Bis jetzt hab ich einfach nur Glück, dass so kein Spieler mich im Visier genommen hat. Wer hier? Nee, das ist kein Spieler. Es gibt auch weniger Punkte, KI. Ich will's fair finden. Scheinbar wird gar keiner fliegen hier, ne? Oh, da werden wir eher die eigenen Truppen. Boah, wieder verlinkt. Boah, das ist anstrengend, so lange zu fliegen. Das ist man ja nicht gewohnt. Ah, der war ziemlich schnell fett weg. Da ist ja keiner markiert, oder? Ponymann. So. Ja, ich kann nicht nur snipen. Ich kann auch fliegen. Das ist... 15er. 16er. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht so einfällig schwer jetzt gerade. Normalerweise könnte ich auch ganz schnell aus der Luft geputzt werden. Na, kommt jetzt. Ich kann spawnen. Spawn sind direkt hinter mir. Schuss aktiviert. Für was? Erstmal entspannen. Rundflug herum. Aus der Misere raus. Das ist ein Spieler. Oder? Oh, Antenne. Beide Transporter wurden schwer getroffen. Ja, nee. 19er. Ich bin gespannt, wie viele Punkte ich gleich habe. Obwohl es ja immer wenig gibt, nur. Boah, guck mal, wie viel ich HP denn noch. Da ist man nicht stolz auf sich, wenn man K.I. wegputzt. NTTs, Passierung, Kontrollpunkt 3. Etwa zwei Drittel der Strecke sind zurückerliebt. Das Team ist überhaupt nicht stolz auf sich. Direkter Treffer. Da ist er stolz auf sich, wenn er einen auf dem Boden wegputzt. Wow. Das war knapp. Oh, das war ein Spieler. Jetzt hatten wir endlich mal einen auf dem Gewissen gehabt. Das waren nur so wenig Punkte. Hält verfügbar. Na, will ich aber noch nicht. Das wollte ich sowieso mal immer aus. Das ist mit den GAP auf diese, ihr wisst schon da, diese Kanonenboote aus der Luft. Das soll ja sehr, sehr effektvoll sein. Kann ja auch so hoch schießen, ne? Den meine ich natürlich nicht. Ich bin viel zu weit vorne. Das war jetzt, das war ein anderer Plan. Was, was wäre? Guck mal, das kann doch gar nicht sein. Ich gehe noch dicht vor die Schießen, Mann. Na, ist egal. Boah, ne, nochmal fliegen. Ich halte mich aus. Das war ja leider ein bisschen langweilig, weil da kaum ein Spieler da waren. Wo ist er, der Arsch? Boah, der grillte ja aber auch weg, die Panzer, wa? Das sind zwei ziemlich geile Gegner. Ihr habt das gesehen, ne? Oh, ich habe den Überblick jetzt komplett verloren. Durch die luftige Geschichte. Okay. Oh, jetzt ist nichts da. Das versuche ich nochmal. Die sich gegenseitig hier so kitzeln können, ist ja ein Ding. Aber wir sind viel zu... Viel zu weit vorne mit dem... ...Panzer, nenne ich es einfach. Wir kommen noch. Wie lange dauert denn das? Scheiß. Kein Überblick. Wenn ihr mich gleich seht, habe ich hier einen Salat. Jetzt. Jetzt. Wahrscheinlich ist er schon weg. Systeme des Transporters kritisch. Was? Ich habe noch nie gesehen, wie einer kaputt ging. Noch nie. Au. Ionen machen durchdringen die NTT-Verteidigung. Die sind auch noch nicht kaputt, aber... Die NTTs verteidigen. 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 Krieg nix. Der da war's. Hohohohoho. Ne. Das geht ja richtig ab. Achso, ich denke, man dreht einen Turm. Also das ist ja gar nicht so. Also ich habe noch nie eine Runde in der Position verloren. Die Klone feuern weiter. Transporter wird getroffen. Jawohl, das geht wirklich gut. Endlich können wir es mal austesten. Oh, das war knapp. Ich habe irgendeinen getroffen. Komm mal bei dir vorbei. Was, 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 was? So. Ah. Ich weiß nicht, von wo ich sehe nix. Da bin ich kaputt. Halt einfach rein. Ich weiß nicht, wohin. Na, ehrlich? Hätte da bleiben sollen. Eine ganz gute Position, ne? Ich weiß nicht, von wo ich sehe. Ich liebe es. Neuer Verwilder im Einsatzgebiet. Oh, das war gar nicht planend. War gut. Das ist das Nusslein gar nicht. Wow. Da laufen sie ja drin rum. Ich sehe es ja ab und an. Ich gebe alles hin. Wow. Ja, klar. Der Terminator ist auch noch dabei. Als Held wahrscheinlich. Davon haben wir einen Glücksschuss. Wer immer das ist, wir nehmen die Hilfe an. Schui. Also ein Schui-Typ. Jetzt grillt er mich. Da oben. Ich habe acht Spiele in der Street mit dem Fahrzeug. Wahnsinn. Nachverteidigung. Achso, Entschuldigung. Da oben schießen die immerhin mit den Hingern. Da kommt gar keiner. Das wenn, dann schaffst du doch gar nicht. Wir wünschen Schaden. Na, komm, komm, komm. Flitzen die da rein? Ich sehe sie doch. Und wir schießen auch da drin. Aber das sind unsere. Egal, ich gebe Feuerunterstützung. Heldenhaft. Kommt her. Feuer. Boah. Der war schön. So sieht wieder so ein Ding da oben. Erledigt. Captain. Das ist cool. Da war ja einer, aber... Der ist futschi. Blablabla. Ganz fiese Pose hier, ne? Da. Aber irgendwie kriege ich die da nicht. Redonation ausgerutscht. Westliche Juggernaut. Außer Betrieb. So, das habe ich hin. Puh. In Deckung. Noch ein. Ein richtiger Feind greift in die Schlacht ein. Autsch. Wer fragt es? Ja, deaktivier den. Gut gemacht. Also, ist er dabei. Ich sehe nix. Platz im Weg. Wow. Volltreffer. Ich habe keine Lust mehr. Das ist eine heftige Runde, ey. 16.000 Punkte. Jetzt hier. Oh, oh. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Wo ist er? Das ist nix. Verlängerung. Oh, nee, ne? Und dann haben wir auch noch verloren. Obwohl ich hier so eine Kampfunterschützung war. Der Kreuzer der Republik ist online. Wir kommen zu spät. Na, bin ich ein wenigstens in der Top? Ja, Dritter. Geil. Oh, ich denke, ich bin nur so ein Panzertyp, ey. Jetzt mache ich zum ersten Mal den Scheiß mit dem Panzer und habe auch noch Erfolg. Fun. Ah, Kaffioli. Ich spiele nie mit dem Panzer. Dann machst du so dickfette Punkte. Kampf für die Freiheit. Das so schnell ja auch nicht. Epische Finnenkiste. Alle Season-Missionen abschließen. Zwei von sechs. Ich weiß doch gar nicht, welche die Missionen sind. Und sieben Kills noch. Die sollten wir doch jetzt auch jetzt hinkriegen, oder? Jetzt sollten wir die hinkriegen. Ui, das war aber trotzdem eine geile Runde. Das hat so Spaß gemacht. Sieben Kills mit dieser Gewehre. Geht's noch mal weiter? Ja. Natürlich. Unser schönes Gewehrchen, ne? Was hätten wir denn noch zur Auswahl? Eine Stolpermine macht hier nicht viel Sinn, ne? Naja, komm. Lass drauf. Drauf geschießen. So. Das ist sehr lieb von dir. Ui, ui, ui. Das wäre mal interessant, tatsächlich. Was hat mich denn jetzt hier schon getroffen? Die Klapperkästen, die erkennt man wirklich nicht so gut. Was, was, was triffe ich denn hier? Das, aus der Entfernung vor allen Dingen. Das müsste ein Ergabsohle gewesen sein, der hier reingepfeffert wurde. Na, eine Menge. Oder stehe ich irgendwie auf Feuer? Transporter unter Disruptor-Beschuss. Sehr schön. Chills. Er ist schön reingelaufen, hat er gesehen. Weißt du, was die, die Sniper hassen hier auf der Map. Aber die sind ja meistens Silberfläche. Wow. Ist aber nah. Was will ich denn schaffst du jetzt überhaupt nicht? So, geh ich in eine Position, mit der er nicht mit mir rechnet. Oh, scheiße. Aber aus der Hüfte noch geschossen. Hat noch irgendwie geklappt. So. Na, ein Bomber, der fliegt so übelst lahm. Ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Autsch, Autsch. Was ist das? So ein Artilleriefeuer plötzlich. Oh. Ich bin genau davor. Das ist gleich. Verstanden. Den würde ich gerne fliegen, der ist gut. Und den würde ich auch noch mal nehmen, tatsächlich. Für unsere Brüder. Sniperkills haben wir jetzt ein, ne? Ne, zwei haben wir. Sieben. Dann brauchen wir noch fünf. Das hört sich so leicht an. Ist aber nicht leicht. So, ich stehe eigentlich direkt vor den MTT, ne? Down. Bisschen Penzeltung. Na, ein Versuch was wert. Kühl ab. Gewehr. Kühl ab. Laufen sie ja alle, aber... Das ist zu weit. Darf ich auch nicht einen doppelten Zoom. Okay. Den doppelten Zoom rutsch dafür. So, dass ich die Rolle nie mache, ne? Ich brauche sie ja auch als Sniper nicht. Boah, der hat mich jetzt in den Arsch gerettet, ne? Ausnahmsweise mal. Trump-Hunter hat sich was bewegt. Aber dem war nicht so. Das ist hier keine Sau da oben. Das hätte meiner werden müssen. Direkter Treffer am Truppentransporter. Da ist er. Da ist er. Das kann doch nicht sein. Hä? Bleibt mal ganz cool stehen. Irgendwie stimmt da was nicht. Ja. Der war wichtig. Der war mir sehr wichtig. Den konnte ich ja nicht sehen. Aber ich... Okay. Kann ich was fliegen? Ich will was fliegen. Oh, komm. Ich will das hier fliegen. Das Ding mag ich gar nicht. Aber ich sage immer, dass ich den Marco dann benutze. Und das ist voll cool. Das haben wir drei Kills, glaube ich, ne? Ich glaube, der will sich da positionieren. So. Sehr gutes Gefühl. Zu treffen. Mann. Wie könnte der... Ach ja, klar. Die können mich auch mal sehen. Scheiße. Was ist denn mit den Fliegereien hier? Die sind alle unterwegs. Ich will mit denen mal den GAP oder wie der Ding da heiß grillen. Hätte ich mal Bock drauf. Gemeinsam. Wollen wir mal was für die... Für die Truppe tun? Wie gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass einer zu stoppen ist. Jetzt spawnen sie da alle. Weißt du, wo ich dahin renne. Ne? Gibt gar keine Aufsammeln. Doch. Verteil die Nötenlust. Ja, konzentrier dich. Ja, ich darf dich... Ah, man muss... Sonst sehe ich ja nichts. Jawohl, guck mal hier. Da hinten der GAP. Dieser Panzer. Den muss ich rausbaggern da. Wenn ich ihn sehe. Da. Was ist der gewesen? Ne, der hat mich... Zuvor gesehen. Und... Mein Lieblingsflieger. Geil. Aber ich habe bestimmt den Gästen aus der Luft geholt. Der hat ja leider den Sound an von dem Ding. Okay. Okay. Was fliegt da hinten so weit weg rum? Wir haben ihn getroffen. MCT beschädigt. Ist immer geil, wenn sie markiert werden, ne? So ein Schütz. Sobald die so eine R2-Einheit dabei haben, ist alles wieder gut. Wann gerade sagen, bin fast explodiert. So ein roter Punkt. R2 mit alles. Das war so ein guter Spieler. Ups. Ja genau, es gibt alles. Gar kein Damage gemacht. Was für das. Der Boden. Oder was? Ordentlicher Treffer. Oh mein Scheiß, den Never Kills. Das könnte ein Spieler sein, deswegen ist er so markiert. Aber wäre doch unfair. Bitteschön. Bitteschön. Oh. Verarscht er mich hier? Ne, ich hab'n back im Deck. Irgendwie sind die heute nicht so in der Luft aktiv, die Leute, ne? Hab ich so den Eindruck. verschossen. Der Wee. So, man müsste sie besser auf dem Boden finden. Das ist schwierig. So, man kommt da ran. Das ist zu schnell, viel zu weit. Treffer, Treffer, Treffer. Ne, hat er nicht. Hoffentlich ist er erwischt. Komm, hier noch ein bisschen. Okay, jetzt geht's mir wurscht. Töten und getötet werden. Was machen wir schon hier drinnen? Das gibt so Schimpfpunkte. Ein Vogel. Oh, ich hab irgendwas geschossen. Ich hab wieder auf einen Vogel geschossen. Oh, oh. Über den Wolken. Tötele Tüte. Oh, das war Hundspieler. Was soll die das hassen? So, Rückendeckung. Jetzt geht's hier rein. Jetzt schon. Aber die sind so weit drinnen schon. Ja, mach mal. Vertrau mal meinen. Meine Rückentypen. Der hat einen Spieler abgeschossen. Wie irre ist das denn? Was soll der sich ärgert? Kritischer Schaden. Alles gut, alles gut. Ich bin schon wieder viel zu lange in der Luft, ne? Das hört gar nicht auf. Jetzt hat mich einfach auf den Krieger. Kann nix machen. Okay. Explosion. Tausend Teile. Hat aber Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Zum westlichen Turbopanzer. Die Bombe dort ist gleich scharf. Ein kleiner süßer Yoda. Ich bin erster. Mit 6000 Punkten war's. Warum habe ich so wenig Punkte? Ich war voll gut. Ich bin ein kleiner Gnom. Ich bin ein kleiner Gnom. Natürlich, das Honlai ist auf einmal, ne? Das sind schon Ruinen für mich. Wenn ich so ein mega leuchtendes Schwert hätte, ne? Würde man mich auch nicht sehen, so als Gnom. Na, ein Kill wenigstens schaffen. Oh, was ist denn hier los? Weg hier. Wovon redet der? Ich glaube, Boss gejagt nicht. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja gesehen. Mann, warum sind denn immer so viele Gegner bei mir? Vor allem immer sind's dann Jedis, ne? Oder besser gesagt hier Sis und so'n Scheiß. Verkackt. Aber eigentlich hatten wir. Immerhin. Ist das schwer? Passwort 71. Oh, ich hab grad auf Reparieren gedrückt. Keine Schnitte. Kämpf für die Wookies. Nein. Nein. Jetzt hab ich 9000 Wut. Krass. Rüde. R2. R2. Wie gesagt, gegen KI hat man wirklich gute Schnitten, aber... Nicht gegen echte Spieler. Da muss er echt gut sein. So wie ich. Nein, Quatsch. Das ist ein Spieler. Beschleunige. Das war auch mein Killer von gerade. Nein, 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 nein. Alle Moves aufgebraucht. Verträgt aktivieren. Fängsätze an den vorderen Rohren neutralisieren. Du, du, du. Ich weiß nicht, ob er gar nicht kaputt ist. Nein, 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 nein. Feindliche Zielsysteme arretiert. Nachrichten. So. Um den Baum fliegen zum Reparieren. Hm, verdächtig. Bis, bis, bis ich. HP kriegen, HP kriegen. Oh. Na, da war er wieder. Wir lieben uns. Okay. Wollen wir schießen. Wollen wir es hinter uns? Fünfstelliger Bereich. Sehr geil. Das muss auch mal sein. Sie haben die intere Treibstoffleitung gesprengt. Geht nach vorne. Nach vorne. Putzen uns hier ordentlich weg, ne? Was kommt da? Was kommt da? Ein Panzer? Entschuldigung. Nennt es der Panzer? Das reicht nicht. Dann müssen wir noch was freischalten. Boah, toll, Mann. Panzer-Ding. Sie kommen einfach nicht, ne? Dann sind da keine Menschen mehr. Wo man es mal brauchen könnte. Wollen wir an den vorderen Rohren entdeckt. Fetti Bobby. Naja, komm. Hat ja keinen Sinn. Das sieht ja nix. Wir schnippen hier nur doof rum. Auf wem schießt du? Auf wem schießt du? Na, guck mal. Seht der Schuss doch gelohnt. Ja, ich will da hoch. Geht aber nicht. Ich bin die Spider-Man, wie man merkt. So, wunderschön. So einen dicken Brummer. Da. Okay. Ich weiß nicht, jetzt fehlt mir natürlich die... Wie viele ich schon mit einem Sniper hab. Wahrscheinlich wird gleich ein einziger fehlen. Ich kenn mein Glück. Oh, hoh ab. Warum kommt der denn immer direkt vor mir? Oh, er benutzt aber das, was er hat. Wir machen ja Schaden, aber... Herzlich wenig. Was ist denn ein Held? Das war kein Held. Das war so ein... Klappergestell. So. Die Klappergestelle haben die vorderen Treibstoffrohre verdrahtet. Das ist scheiße. Wie sollen wir sie verdrahten? Feuerteams, vor schluss! Nicht identifizierter Feind auf dem Feld im Einsatz. Vorsicht vor den Handgelenstraketen. Vollvermiete, Precronato. Oh. Er war fast erwischt, ey. Da hab ich ihn fast erwischt. Gemeinsam. Was hat er denn da an? Eine Ritterrüstung. Oh, ich schaff nicht. Ach man, du Idiot. Was? Okay, sie haben sie schafft. Aber ist nicht schlimm, war eine geile Runde. Zu verlieren ist keine Schande. An alle Truppen. Rückzug. Oh. Gut, jetzt bin ich mal spannend. Das wird bestimmt ein einziger Kill oder so. Ne, ich hab's aber nicht geschafft. So erster will ich auch mal werden. Mann. Ah, ein schöner Satz wieder gemacht. Ein schöner Satz nach vorne. Ich tu Level 23. So. Doch, wir haben's geschafft. Wir haben den doppelten Zoom. Den besorge ich mir. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.